Wir sind denen, die wir hassen, nie sehr fern. Aus genau diesem Grund werden wir denen, die wir lieben, nie wirklich nah sein. September 1914. Keine Vögel. Und kein Wetterbeobachter zur Begrüßung. Leuchtturmwärter, hier ist die Ablösung für den Wetterbeobachter. Töfus. Er ist tot? Ich kann nicht sagen, ob es aus der Sehnsucht nach der Zivilisation erwächst, aus der Kopflosigkeit eines Gefangenen oder aus Angst. Gruner! Sie hätten auf dem Schiff bleiben sollen. Der vorige Wetterbeobachter, das war kein Typhus. Sie haben ihn so im Stich gelassen wie mich. Das ist so gut wie Mord. Halt, Bischie! Hier bin ich Herr meines Schicksals. Ich weiß nur, dass die Kröten Menschen scheuen. Dämonen aus Atlantis. Du musst nur eins verstehen. Wir sind hier die Eindringlinge, was uns zu Feinden macht. Töten und unterwerfen. Das ist die Art von uns Menschen. Du willst sie also unterwerfen? Oh nein. Ich will sie ausraten, weiter nichts. Auf, schieß! Verdammt nochmal! Geh mir aus, den Weg, Junge! Ich sehe, was du bist! Mein armseliger, traumiger Menschenfleit! Spreit! Zu ängstlich, an dem Augen, dir gehen zu lassen! Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017